Ja, dann bleib halt auf der Straße stehen, ist mir auch egal. 71, das ist schon mal gut. 72, das wäre schön! Yes! Sehr geil. Bei mir wäre es lieber, wenn die in so anderen Abständen kommen würden. Also, dass mal einer irgendwie ganz schnell kommt und dann muss man wieder fünf Sekunden warten und dann kommt er doch wieder. Ähm. Habe ich jetzt hier irgendwas angehalten? Ich hoffe nicht. Boah, Mann! Geh mir nicht auf den Sack, du Pisser! Ich habe nämlich gerade irgendwo hingeklickt, aber das sieht noch so aus, als ob das hier alles aufnimmt. Pistoleros Sturm. Können wir leider noch nicht einsetzen. Aber wir haben das hier fertig! Yay! Okay, das ist hier noch alles so eingestellt, wie wir das haben wollten. Dann machen wir jetzt mal das nächste richtige Level. Ähm, Lagune des Roatthus. Roaththus? Keine Ahnung. Splittergeordnet. Der Legende nachher hält, äh, nachhält sich... Oh, meine Fresse, ey! Ich hoffe, man hört das nicht. Ähm, hält sich hier sagenumwobene Knöchelgator-Königung auf. Das sieht hier auf jeden Fall sehr hübsch aus. Kann ich hier reinlaufen? Das ist ja komisch. Oh, meine Fresse, könnt ihr nicht mal irgendwie leiser machen. Oh, man. Bot. All kinds of beasts, but don't know up from down. Still lurking about. Ich war gerade überlegen, wie ich nachladen musste. Ähm, ja, links oder rechts, links oder rechts. Wir gehen erstmal hier lang, weil hier liegt nämlich was. Schleicher-Tarnung. Was ist das? Fynn war okay. Ja gut, aber dann wären wir hier schon mal... Uh. Was muss ich denn hier machen? Oh, könnt ihr mal mit der Scheiße aufhören? Seid ihr total behindert, oder was? Toll. Ah, okay. So geht das natürlich auch. So, was bist du denn für einer? So, laden wir uns erstmal wieder auf hier. So, als ob die alten Ollen, als ob die Ollen-Bauarbeiter irgendwie nicht mal ein bisschen leiser rummachen könnten. Even the Brushers learned to fear this place. Hört ihr das? Ich denke mal schon. Okay. Inbriefene Laura tas apologise. Sie twierdали, wie sich die schrauben zu offen machen? Ich habe zu verschwunden gemacht! Well, sie sind nicht. Eine dieser Doesnchze guarerhaben in der Talge. Sie haben sie auch Queen Anne. Sehr schön. Okay, dann war das da unten dann doch der richtige Weg. Aber was war das da eben gerade? Das war sehr groß. Komm, schieß. Sehr schön. So. Oh, diese Pflanzen, was? Ich habe die Taste gedrückt. Ach genau, das lädt uns auf. Ja, so war das. Kann man hier noch welche runterholen? Schade. Wäre aber cool gewesen. Aber vielleicht wäre ich auch schon volle Energie hatte. Was ist das denn? Das macht stinky. Geht das jetzt weg? Ja, sieht so aus. Ich bin total irritiert von den Spacken da draußen, ey. Meine Fresse. Okay, wir kriegen eine neue Waffe, so wie das aussieht. Oh, ein Speer? Ich muss doch erstmal die Waffe fertig machen mit dem... ...Dings da. Das war gut. Immer hier noch. Oh man, ey, wir haben... Was haben wir heute? Mittwoch haben wir. Wir haben... 11 Uhr. Und dann kann doch nicht sein, dass die draußen so Krach machen. Schleicherspieß. Okay. Jetzt hat er das als meine... Oh! Das ist schon cool. Ja, sorry, ich sehe jetzt gerade nichts, weil da unten die Anzeige war. Okay, ich dachte hier wär noch irgendwas. Was? Sehr gute Musik wieder. Was ist mit dir los? Ich hätte jetzt gar nicht mitbekommen, dass ich gerade angeschossen wurde. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube hier oben ist aber... ...optional. Hallo. Sehr schön. Warum hat der... Ich mag das nicht, dass sie dann immer ähm... Ja, wahrscheinlich ist B die Sekundärwaffe. Oh. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Komm, schieß. Komm mal auf damit mit deinen Donut-Wöhlchen. So. Ah, ich warte jetzt noch ab, bis die... Och, Mann, ey. Ich warte jetzt noch ab, bis die Wölkchen hier weg sind. Und dann hole ich mir hier unten noch den Kram. Dann hole ich auch wieder voll Energie. Ah. Uh. Oh mein Gott, das ist wirklich so heftig. Oh mein Gott, das ist wirklich so heftig. Wow. Woa. Wow. Wow. Aber warum? Warum blinken wir das? Verstehe ich noch nicht so ganz. Könnt ihr mir erklären, was jetzt mein Schild hier so tolles kann? Ich blicke hier irgendwie grad nicht so ganz durch. Was ist jetzt hier wieder? Ich geh mal hier oben lang. Es ist immer noch kein Schild. Ein Waffenlager. Dankeschön. Ah, jetzt kann ich das hier endlich mal wieder ändern. Aber ich kann ja mal vorlesen. Schleicherspieß, Nahkampfhiebwaffe. Mächtige Halbdistanzwaffe, die auch geworfen werden kann. Furchtlose Zelandische Jäger benutzen das spitze Ende dieser Schätzen um die Tiere und Pflanzenwelt außerhalb der Stadtmauern zu erkunden. Okay. Aber wir nehmen wieder unseren Repetiergewehr. Unseren vor allem. Was ist das? Ja, was ist das, Mama? Oh! Oh! Ich verstehe das noch nicht so ganz. Was ist hier los? Ups! Ich seh das irgendwie so spät erst. Zurück kommen wir nicht mehr, oder was? Nein.